pädagogisches hallo und herzlich willkommen hier in der pädagogischen zentrale wir spielen heute eine runde lucky run mit dem typ der da hinter uns steht der gnsg hallo lucky run folgendermaßen ich erkläre keks ist ruhig du kannst lesen regel also baue alle lucky blöcke auf deine weg auf ab macht die kaputt vielleicht machen die auch nicht kaputt okay dann du kannst behalten dein inventar okay und am ende des mit am ende fresse einhauen und diese silberne druckplatte hier ist der anrunde fertig los ob er war auch nicht verrexte dran kiste nein der typ kommt nein oh mein jungen was zum fikt was hat der denn bitte für name hast du auch bob bekommen nein ich habe normale skelette man so ein ich baue den ein oder ich baue ihn nicht ein aber ich kann an ihm vorbeiziehen ich habe ganz viel crap in meinem inventar bisher so bob kommt nicht mehr an mich ran lol ich habe tausend kürbisse bekommen oh das ja ich auch alle weggeschmissen alle ja hier ist gerade ein hühnchen an mir vorbeigelaufen die ist schon mal gut die behalten oh mein gott lol wie laut sind denn bitte diese sounds meine güte bin ich gerade erschrocken nein 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 junge bin alter schwede was zum was jo wie ich gerade erschrocken bin bei mir ist gerade so ein pferd einfach in der wand verreckt so weißt du jetzt habe ich sie wieder eingesammelt ich trottel was habe ich denn hier für alter habe ich geile rüstung ne ich schwere oh mein gott ich habe ein lucky bow oh miguel ist auch hier hallo miguel miguel wo ist wo ist miguel war gerade hier aber mal ist gekillt gerade ich habe gar kein bohr mein gott was war das zelebration time come on so der video oh nice oh nice nice haben wir danach noch zeit zu equippen ja ne oder ah i don't know du hast den spielmodus gemacht nicht ich oh ich habe einen schwamm schwamm ja damit kann ich endlich mal waschen alles klar ich habe ein riesen slime bei dir gehört oh mein gott bei mir auch ja ich bin da oder bleibt da drüben aber bleibt da sie sie durch nein hier sind ganz schön nein nein ich bin tot ok merke dir einfach man darf niemals so viele zeit und gleichzeitig könnte passieren dass dann einfach ohne der boden weg ist als ob man von ganz hinten starten muss oder ist das wenn du deine druckplatte nicht gedrückt hast ich habe also bei mir egal da bist du die lucky blöcke sind denn hier dann noch eins oh nein ich trottel ja du bist ein trottel oh mein gott ich habe noch über krasseren lucky bow bekommen auch kaum kann nicht sein ich bin schon zum zweiten mal runtergefallen oh mein gott nein lava lass mich raus habe ich war nein verbrenn nicht mehr nein nein bitte nicht bitte nicht nein nein gib mir das gib mir mein herz zurück die tränke nehme ich natürlich oh mein gott ich habe ein übergeiles ding bekommen ein übergeiles ding ja befindet sich gerade jetzt in meiner hose hallo wie geht es dir denn da drüben wo bist du da hinten ich habe eine blume sand und die nehme ich damit ich habe eine lucky x mich greifen monster spinnen an verdient nein ich habe sowas nicht verdient ich war noch zu jung ah thomas du bist doch schon alt gandalf alt bist du deine mutter ist alt dein vater ist alt dein vater ist alt ich war so weit wann kriege ich hier auch mal einen amboss oder sowas nö du bist dein hug und so ach komm das gibt es doch nicht spinnen sind ja immer noch da warum sind die so aggro auf mich weil du bist alter das mit dem inventar ist ein richtiges problem ne warum ja weil das überhaupt nicht reicht echt ja ach tropplatte erreicht auch das nehmen wir natürlich mal mit alter das reicht gar nicht mein inventar reicht überhaupt nicht junge ja das machen wir erstmal die angel behalten wir jetzt auch nicht weil ich hasse angeln oh die oh oh sandro sind in der chest irgendwie helfen die einem bei ne nicht also kann man da nichts aufbewahren oder so nein nein scheiße das ist jetzt übel die blöcke oh der hat mir meinen oh 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 hi was war das ich weiß nicht gewitter lp gewitter lp ey ihr brett oh lucky villager oh nein mir fehlen oh leck das nein ich hab keine ja doch ich hab ne dia spitzhacke ah lucky block book was heißt denn das also was macht das ja die machen werbung für ihre lucky blöcke ja ja ich kann mal den ganzen Müll wegschmeißen oh die hebe ich mir natürlich mal auf damit kann ich eh nicht umgehen ach du scheiße Junge ich werde dich so rasieren äh sagte er und fing an zu weinen ach ja ja du wirst sehen halt ich hab hier eigentlich noch oh mein gott was war das leckt mich diese sounds ja leider muss ich leider muss ich das wirklich machen ich muss so da reinspringen in diesem in das teil weil äh entweder sich mein coin weggebackt hat also ich hab dann mein lucky coin nicht mehr um den zu setzen und dann muss ich leider muss ich hier auch noch irgendein bisschen gucken wie ich da hinkam äh ok ja komm wir können's wir bauen uns mit TNT nach oben oh was war das so ein Müll nein ja ich hab Ambosse bekommen oh das ist richtig gut du meinst Amben ah ne warte mal Herr Ambosse das Ding heißt nicht Ambosse was war das ah ich bin in einen Brunnen gefallen so gesagt ja genau nein 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 JA nila damn Daniel oh jetzt kommt ein Mini Jumper one is lucky one is not Ja der war's nicht nimm den linken hab ich gut brauche ich ihn nicht Oh hier sind Ambos ja ich bin HÄÄN DU BIS DEM ZIEL? JA Okay, Sandro, gib uns kurz zum Equipment und dann hauen wir uns ein bisschen besser. Ja, du, soll ich dir was sagen? Ich hab so ziemlich nichts. Ah, ja, komm, go. Okay, drei, zwei, eins, go. Oh, nein. Ich werde zu hart verlieren. Oh, das war... Äh, ich würde sagen, du stirbst. Stirb! Stirb in deinem dunklen Eck alleine! Stirb! Ich regeneriere die ganze Zeit wieder. Du auch, ne? Ach, da bist du. Ja. Komm her und spiel mit mir. Nein. Nein! Oh Gott, ich bin bekifft! Lol, ich aber auch. Siehst du noch was? Nee. Warum bin ich denn jetzt auch bekifft? Nein. Oh, damn, Daniel. Warum bin ich bekifft? Hä, ich bin so richtig... Als hätte ich was getrunken, Junge. Ja, ich fühl... Ja! 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 Nein, ich hatte sechs goldene Äpfel noch, ich lauch. Sandro, ich hab... Ich kann meine ganzen Effekte schon gar nicht mehr anzeigen lassen mit der Zeit. Ich hab noch zwei Minuten Unsichtbarkeit. Ich hab bestimmt noch Feuerresistenz. Die Feuerresistenz müsste eigentlich jetzt weg sein, weil ich brenne mittlerweile. So, das war's auch schon wieder für heute. Nächste Woche ist ein neuer Gast dabei. Mal sehen. Eine neue Map, ein neuer Gast. Dasselbe. Du ersetzt mich? Ja! Nein! Ich würd sagen, Sandro ist jetzt eh schon weg. Von daher, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Tschau!